Aber kommen wir zum zweiten großen Thema, das zwischen Ihnen und der ÖVP steht. Asyl. Das hat die ersten 111 Tage Ihrer Kanzlerschaft auch sehr massiv beschäftigt. Und Sie haben sich mehr oder weniger jetzt mit dem Koalitionspartner darauf geeinigt, unter welchen Voraussetzungen schon bald der Notstand in Österreich ausgerufen werden könnte, um Asylwerber an der Grenze abzuweisen. Sie haben aber immer gesagt, wenn das kommt, dann muss das funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie. Denn die Ungarn weigern sich nach wie vor, Menschen an der Grenze zurückzunehmen. Was da dahinter steckt, ist für uns eine ganz große Herausforderung. Weil wir haben ja erlebt, dass dieses Thema Migration quer durchs ganze Land, da prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander. Das geht bis quer durch die Familie. Und für uns ist wichtig, dass wir die Zuwanderung auf ein Maß begrenzen können, indem wir, das uns erlaubt, dass wir die Integration noch schaffen, und dass die Menschen sich in unsere Gesellschaft einfügen können, ihre Beiträge zum Gemeinwesen liefern können, die zu uns kommen. Und das bedeutet für uns, dass wir uns natürlich darauf vorbereiten müssen, wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern. Jetzt glaube ich, dass der Türkei-Deal halten wird, der Flüchtlingsdeal, aber es kann sein, dass es hier Unwägbarkeiten gibt und wieder mehr Menschen über den Balkan kommen. Wir wissen, Italien ist ganz immens beansprucht. Und wir müssen uns auf diesen Moment vorbereiten, dass das Grenzregime nicht mehr so gut funktioniert wie heute. Aber was passiert dann, Herr Bundeskanzler, wenn diese Menschen vor der Grenze stehen? Sie werden abgewiesen. Und die Ungarn, das hat Viktor Oberzulitz bekräftigt, nehmen sie nicht zurück. Sie selbst haben gesagt, dann gibt es Ping-Pong mit Menschen an der Grenze. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das ist auch ganz klar, dass wir das nicht wollen. Aber kann dann diese Verordnung erlassen werden, auch wenn es noch keine Lösung, sprich ein Commitment mit den Ungarn gibt? Was jetzt passiert, ist ein Begutachtungsverfahren. Das findet vier Wochen lang statt. Das wird im Laufe dieser Woche noch in Gang gesetzt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, dass alle Juristen, NGOs, Zivilbevölkerung, natürlich die betroffenen Ministerien, ihre Meinung dazu abgeben und sich ein Urteil bilden, ob das juristisch hält, technisch umsetzbar ist und ob die Voraussetzungen schaffen, was die Kooperation mit den Nachbarländern betrifft. Da haben wir nicht nur ein Thema mit Ungarn. Da müssen wir mit Italien reden, da müssen wir mit Slowenien reden, mit der Europäischen Kommission. Da ist noch viel zu tun. Am Ende geht es aber darum, eine Maßnahme zu finden, die dafür sorgt, dass die Zuwanderung begrenzt wird. Da ist die Rücknahme der Ungarn eine Variante. Eine zweite, an der wir ganz konkret arbeiten, ist, gemeinsame Streifen im Grenzgebiet auf ungarischem Boden mit den ungarischen Kollegen vorzunehmen. Damit es erst gar nicht dazu kommt, dass ein Grenzübertritt stattfindet. Das heißt, das wären nur zum Verständnis quasi Transitzonen, wo die Menschen dann warten? Nein, das wären Polizeipatrouillen, unterstützt durch möglicherweise den Assistenzeinsatz des Bundesheers, um bereits vor der österreichischen Grenze Kontrollen durchzuführen. Okay. Okay.